Wie viel ist dir deine Arbeit wert? Wie viel ist dir deine Arbeit wert? 13. Januar 1981 Ein Ford Transit fährt einen Waldweg entlang Das Thermostat im Auto zeigt viel Grad Drüben sieht er ein paar Jogger Sie tragen Winterjacken Winteranzüge Sie haben sich reingezwingt Ich sitze in einem Meeting Ich starre auf einen Projektor Er will mir eine Geschichte erzählen Was ist deine Geschichte Projektor? Wir kennen uns doch von der D-Winx-Go oder Ich sehe ein Bild von Helmut Kohl Eine deutsche Geschichte BASF Ludwigshafen Eine Karriere in der CDU Der Wendekanzler Aber dann kam sein Mädchen Dann kam Angela Merkel Bundesumweltministerin Was hat sie gedacht? Was hat sie geträumt als sie jung war? Was hat sie gedacht? Was hat sie gedacht? Was hat sie gedacht? Was hat sie gedacht? WDR mediagroup GmbHu Und jetzt sind wir hier, wir schreiben das Jahr 2006, WM-Gruppenspiel, Deutschland gegen Polen, Odonkor wird geschickt, Odonkor läuft, Odonkor läuft, Odonkor läuft, Odonkor läuft! Und jetzt sind wir hier, wir schreiben das Jahr 2006, WM-Gruppenspiel, Deutschland gegen WM-Gruppenspiel, Deutschland gegen WM-Gruppenspiel, Deutschland gegen WM-Gruppenspiel, Deutschland gegen